Hallo liebe Eltern, hallo liebe Schüler, ich bin Frederik und ich bin Lena. Wir möchten euch heute mal unsere Schule vorstellen, das städtische Gymnasium Herzogengrad. Kommt doch mal mit! Musik In unserer Schule haben wir etwa 1000 Schülerinnen und Schüler und etwa 90 Lehrerinnen und Lehrer. Damit diese zusammenarbeiten können, brauchen wir natürlich viel Platz und viele Räume. Einige davon möchten euch jetzt gerne mal vorstellen. Kommt doch gerne mal mit! Hier sind wir in einem unserer Klassenräume. In den fünften Klassen haben wir meistens so 25 bis 26 Kinder und ein Klassenleiterteam, also zwei Lehrerinnen oder Lehrer, die uns in den ersten drei Jahren um die Klasse kümmern. Und was wirklich praktisch ist, sind die Kisten hinten in den Rollen. Denn da kann man schön seine Bücher usw. reinpacken und muss nicht immer alles mit sich herumschleppen. Das ist wirklich angenehm, denn man hat gerade im Vergleich zur Grundschule doch deutlich mehr Fächer und dadurch natürlich auch mehr Material. Musik Das ist einer unserer neuen, top ausgestatteten naturwissenschaftlichen Räume. Hier werden Fächer wie Chemie oder Bio unterrichtet. Und das Tolle daran ist, hier können wir Schüler aktiv mitmachen. Zum Beispiel kann man hier experimentieren oder mikroskopieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Malt oder bastelt ihr eigentlich genauso gerne wie wir? Dann seid ihr hier im Kunstraum genau richtig. Wie ihr sehen könnt, kann man an unserer Schule ganz unterschiedlich kreativ werden. Und wir haben sogar einen Ofen zum Töpfern, wo man dann Schalen oder Figuren herstellen kann. Macht echt Spaß und solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Hier ist nämlich wirklich alles dabei, von Selbstporträts und ausgedachten Emojis aus der Krill- und Wasserfarben bis hin zu Tonfiguren und selbstentworfenen Stempeln zum Drucken. Hier seht ihr eine unserer Musikräume und alles, was dazu gehört. Ein Whiteboard, Schlagzeug, Klavier und genug Keyboards, damit alle Kinder üben können. Denn wenn etwas noch besser ist als Musik hören, dann ist es doch wohl Musik selber machen, oder? Willkommen auf unserem Sportgelände. Hier können wir ganz viele verschiedene Sportarten ausprobieren. Das geht von Fußball und Basketball über Tischtennis bis hin zu neuen Spielen wie Spikeball oder Kimball. Musik Das SGH SGH ist für den Sportunterricht wirklich super ausgestattet. Wir haben unter anderem eine Dreifachhalle, einen Tartanplatz und einen Rasenplatz mit Laufbahnen. Und das Beste ist, in 5 Minuten ist man am Herz und gerade weia. Im Sommer gehen wir auch oft im Sportunterricht eine Runde laufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020